Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im Moment gibt es keine neuen Infos zu meinen Gazprom ADS. Im vorletzten Video hatte ich euch die Plattform Parkett beiläufig vorgestellt. Heute möchte ich etwas mehr ins Detail gehen und euch die Funktion präsentieren. Parkett ist eine Plattform um sein Portfolio nachzubilden. Für einen Buy and Hold Investor vielleicht eher uninteressant, aber für jemanden der auch verkauft und Dividenden erhält ist es sinnvoll sein Portfolio genau zu analysieren. Hierbei hilft euch die Plattform sehr. Wenn wir die Webseite eröffnen www.parkett.com sehen wir die Oberfläche. Hier können wir uns anmelden, ein neues Portfolio erstellen oder einfach eine Demo starten und ein wenig mit der App rum experimentieren. Hier sieht man ein Demokonto auf welchen verschiedene Werte hinterlegt sind. Früher war der Name der Plattform Tresor, mittlerweile heißt sie Parkett. Man kann sein Portfolio auch selber nachbilden über Excel oder über andere Plattformen. Ich finde diese Plattform hier aber am einfachsten und übersichtlichsten. Sie bietet die grundlegenden Funktionen, die man braucht, um sein Portfolio zu analysieren. Wir gucken uns jetzt einmal die Plattform etwas genauer an. Ich locke jetzt einmal auf die Plattform ein und wir sehen hier mein Portfolio. Dies ist ein Portfolio, in welchem ich nur meine ETFs darstelle. Insgesamt sieht man hier oben, dass ich drei Holdings in meinem Portfolio habe. Unter anderem ein Vanguard All World, hier oben den Emerging Markets und dann hier noch ein X-Tracker MSCI World. Diese drei ETFs bespare ich auf monatliche bzw. Quartalsbasis. Hier unten sieht man die Performance inklusive realisierten Gewinnen. Das kann man auch wegklicken. Dann sieht es ähnlich aus. Hier sieht man also, hier haben wir angefangen. Dann ging der Kurs auch relativ gut hoch. Naja, was hier war, wissen wir. Hier kam Corona. Dann haben wir ordentlich nachgekauft und dann haben sich die Kurse eigentlich sehr gut entwickelt. Und hier wissen wir auch, ging der Ukraine-Konflikt los und die Kurse gingen runter. Mittlerweile hat sich das wieder stabilisiert und durch die monatliche Besparung oder beziehungsweise quartalsweise Besparung haben wir natürlich einen Cost Average Effekt. Was bedeutet, wir kaufen auch zu niedrigen Kursen und kriegen dadurch mehr Anteile von den einzelnen ETFs. Also kommen wir auch schneller wieder nach oben. Im Moment sind wir eigentlich ganz gut im Plus. Man sieht hier die Einzahlung. Hier unten investiert. Da oben der aktuelle Portfolio-Wert. Wertentwicklung im Moment bei 12%. Das Portfolio wird seit circa drei Jahren bespart. Ich denke natürlich, dass wenn der Ukraine-Konflikt vorbei ist, wir natürlich wieder weiter hier oben bei 40% oder ähnlich landen werden. Was eigentlich der interessanteste Wert ist, ist für mich der EZF. Das ist der sogenannte interne Zinsfluss. Das heißt, er spiegelt die jährliche Rendite wieder. Die liegt hier bei 12,8% im Schnitt. Das ist natürlich ein vernünftiger Wert und der kommt dadurch zustande, weil man natürlich am Anfang war das Portfolio viel kleiner und ich hatte auch nur einen ETF bespart und später habe ich mehrere hinzugefügt und die Sparrate erhöht. Deshalb ist der interne Zinsfluss natürlich jetzt recht hoch. Zwischendurch haben wir auch mal was realisiert. Das macht auch durchaus Sinn. Sollte man noch Steuerfreibeträge verfügbar haben, kann man auch zum Ende des Jahres zum Beispiel mal ein Stückchen verkaufen und danach wieder einkaufen. Ich nutze die Gratis-Version von Parkett. Es gibt auch noch eine Premium-Version. Hier kann man dann noch nach verschiedenen Asset-Klassen filtern oder das Board auch genauer analysieren. Diese Funktion nutze ich jetzt nicht. Es ist euch freigestellt, für einen kleinen Obelus im Monat hier das volle Paket zu erwärmen. Dividenden haben wir nicht, da dies ja ein ETF-Portfolio ist und die ETFs thesaurierend sind. Das heißt, sie werden automatisch wieder angelegt. Hier sehen wir die Aktivitäten. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir im Juli ein bisschen Vanguard gekauft haben und ein bisschen iShares. Das ist so ein bisschen die Altersvorsorge. Hier zahle ich 60 Euro ein und da 140. Kommen wir in der Summe auf 200 Euro. Ich denke, das ist auch das, was vielleicht der ein oder andere Bürger oder Normalverdiener sparen kann und für die Altersvorsorge zurücklegen kann. Deshalb ist es eigentlich ein ganz realistisches Beispiel. Und so sieht man das in jedem Monat. Hier kommt noch der X-Trackers dazu. Den wollte ich eigentlich im Monat mit 50 Euro besparen. Das soll so ein bisschen für die Tochter letztendlich sein, damit sie das später auch mal studieren kann vielleicht. Und da aber die Gebühren von 1,50 Euro auf 50 Euro im Monat etwas hoch waren, bespare ich diesen dreimonatlich. Also dreimal 50 Euro sind 150 Euro. Also werden alle drei Monate die 150 Euro abgebucht. Und dann füllt sich das Depot. Wir können den auch mal anklicken und uns den Detail ansehen. Hier sieht man also jetzt immer, wann gekauft wurde und wie sich der Wert entwickelt hat. Ich hatte auch zwischenzeitlich hier, das war nach Corona, hatte ich selber einmal eine höhere Summe angelegt. Deshalb ist hier dieser Ausschlag. Und den habe ich später dann auch wieder hier rausgezogen. Da ging der Wert auch wieder runter. Die Performance von diesem ETF ist natürlich sehr gut. Er kostet auch sehr wenig. Interne Zinslos, 15% fast. Also da kann man wirklich nicht meckern. Hier ist alles im grünen Bereich. Das ist halt der Vorteil von ETFs. Man kann sich eigentlich zurücklehnen. Und die Dinger sind sogenannte Selbstläufer. Was wir hier auch immer machen, sieht man, hier sind die 150 Euro. Und wenn das Kind mal Geburtstag hat, machen wir unter anderem auch eine Sondereinlage. Das heißt, wenn Oma und Opa mal ein bisschen Geld gegeben haben, dann kann man das auch auf das ETF-Konto tun, anstatt irgendwelches dünnschüssiges Spielzeug zu kaufen, was wir vielleicht am Ende gar nicht benötigen. Hier sieht man die Kursentwicklung. Also alles sehr gut. Was wir jetzt einmal machen wollen, wir wollen einmal ein praktisches Beispiel durchführen, wie ihr eure Kurse hier einpflegen könnt. Es ist wirklich kinderleicht. Wir gehen dazu einmal auf die DKW und melden uns hier an. So, jetzt haben wir uns angemeldet und wir haben im Postfach auch einige Nachrichten, unter anderem Wertpapierdokumente. Klicken wir jetzt drauf und da sehen wir, dass wir hier Wertpapierabrechnung haben. Zwei Stück. Das sind zwei ETFs. Die speichern wir uns jetzt einfach mal in den Download-Ordner. Das war es auch schon. Dann melden wir uns wieder ab bei der DKW. Zack. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier auf Aktivitäten, beziehungsweise eigentlich müssen wir auch gar nichts klicken. Wir können es direkt reinziehen. Ich klicke jetzt hier auf Downloads. Nimm diese beiden Wertpapierabrechnung und ziehe sie per Drag & Drop einfach hier rein. Lass los. Hier unten steht, zwei Aktivitäten wurden hinzugefügt, beziehungsweise importiert. Wir gehen auf die Aktivitätenliste und sehen, dass diese beiden Werte jetzt hinzugefügt sind. Und hier sehen wir es natürlich auch sehr ersichtbar, weil wir jetzt natürlich eine ganz andere Zahl hier stehen haben, weil wir gerade in den 20.000er-Bereich gekommen sind. Das war die Drag & Drop-Geschichte. Jetzt können wir uns auch nochmal einen einzelnen Wert angucken. Zum Beispiel hier unten den Vanguard. Das ist ja der All-Wert. Hier sieht man zum Beispiel auch einmal die Wertentwicklung. Und hier hatte ich mal ein bisschen Geld benötigt. Das ist halt auch ein Vorteil vom ETF. Man zieht einfach mal was raus. Hier waren es jetzt 5.000 Euro. Arbeitet mit dem Geld. Und dann kann man es auch wieder einzahlen. Also wie gesagt, hier sind wir auch sehr gut im Plus. Hatten nur wenig Steuer zahlen müssen, weil da noch Freibetrag verfügbar war. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, das Ganze hier einmal nachzubilden, damit man einfach auch wirklich mal die Kosten im Überblick hat und auch wirklich sieht, wer performt hier gut, wer performt schlecht. Das ist wirklich ein ganz hervorragendes Tool. Was ihr noch machen könnt, manchmal habt ihr nicht die Möglichkeit, dass ihr eine PDF habt. Sagen wir mal, ihr tradet mehr über Trade Republic und speichert euch die PDFs nicht irgendwie auf dem Rechner oder so. Ihr könnt die Dinger natürlich auch komplett von Hand eingeben. Ihr geht hier einfach auf Aktivität. Machen wir mal ein ganz banales Beispiel. Eine Apple-Aktie kennt jeder. Und jetzt packen wir die einfach mal hier ins Portfolio. Nur mal rein theoretisch. Sagen wir mal, wir hätten die 2021 gekauft und wir hätten davon 100 Stück. Oh, und 12.000 Euro ist natürlich gut übersichtbar. Dann haben wir vielleicht bei der DKB, sage ich mal, 10 Euro Gebühren gehabt. Steuern haben wir noch keine gezahlt. Die kommen ja erst beim Auszahlen. Hier seht ihr auch, welche Banken unterstützt werden und welche Formate für den automatischen Import. Wie gesagt, wir machen es jetzt einmal von HUD. Wir drücken auf Speichern. Zack. Und jetzt klicken wir mal auf das Dashboard. Jetzt haben wir hier 36.000 Euro drin. Und wir gucken mal. Oh, Apple wäre unsere größte Position. Ja. Das halt nur mal so simuliert. Zinsfluss wäre besser. Also hätten wir uns eine Apple-Aktie damals gekauft, hätte sie sich wahrscheinlich ganz gut entwickelt. Performance war okay. Ja, hier sieht man, das Internet-Zinsfluss wären 30%. Naja, einmal Apple, immer Apple. Was wir jetzt machen können, wir gehen jetzt wieder auf die Aktivitäten. Wir hatten ja gesagt, das haben wir im Jahr 2021 hinzugefügt. Und das war ja hier relativ große Position. Und da ist die Apple-Aktie. Und jetzt klicken wir hier auf Bearbeiten und löschen das Ganze einfach wieder, weil das natürlich nicht stimmt. Bist du sicher? Ja, sind wir okay. Da sind wir wieder alles auf normal. Ja, das also zum manuellen Einlesen von Werten oder falls eure Bank nicht unterstützt wird. Ich hatte zum Beispiel Probleme mit der Sparkassenabrechnung. Diese wurden jetzt noch nicht unterstützt. Man kann aber auch weitere Banken hinzufügen. Muss dann beim ersten Mal sozusagen die Bereiche anzeigen für Parkett, welche Relevanz sind zum Auslesen. Zum Beispiel hier steht die Isen, hier steht die WKN, das ist der Betrag, das sind die Gebühren. Wenn diese PDF einmal hinterlegt ist, dann sollte beim nächsten Mal auch der automatische Import funktionieren. Die ganze Plattform gibt es natürlich auch noch mobil auf dem Handy. Ich denke im Moment nur Apple. So, das war es eigentlich. Im letzten Video hatte ich ja auch schon auf die Dividenden hingewiesen. Da könnt ihr euch ja das Video vom letzten Mal nochmal ansehen, wo ihr die genauen Dividendenauszahlungen seht. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das bezahlte Parkett. Hier können wir uns das angucken. Wie gesagt, ich nutze jetzt die Basisfunktion für 0 Euro im Monat, wo relativ viel schon bei ist. Ihr könnt auch eine Plus-Version abschließen zum Beispiel. Hier könnt ihr mehr Portfolios nachbilden, mehr Watchlisten erstellen, noch mehr Assetklassen hinterlegen. Ja, Performance-Vergleich, Börsenauswahl, Dividenden-Kalender auch sehr interessant. Ein bisschen was gespendet für den Klimaschutz. Also hier habt ihr definitiv ein bisschen mehr Funktionen. Muss jeder wissen, ob er es benötigt oder nicht. Mir genügt im Moment die kostenlose Version. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mit einem steigenden Depot auch irgendwann mal eine Bezahlversion abzuschließen. Einfach damit man einen Überblick hat und vielleicht auch analysieren kann, ob man irgendwie ein Klumpenrisiko in einem gewissen Sektor hat. Dass man sagt, Mensch, ich habe zu viel Technologie oder zu viel Amerika oder je nachdem. Den Link zu Parkett findet ihr in der Beschreibung. Abschließend noch wie gewohnt der Warnhinweis. Ihr handelt auf eigenes Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Solltet ihr weitere Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis demnächst, euer Kleininvestor.